Musik Willkommen aber Leute, was geht, habe ich ins Kleidung erkannt. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einer neuen Detektiv-Coin in Ausgabe. Hints über das Spiel Animal Crossing. Etliche Informationen sind hier wieder drin. Eine Information ist ganz besonders interessant für uns und zwar wurde hier beantwortet, wie viel Kapitel der Fall 290, der mit Kapitel 1000, also mit der Klassenfahrt angefangen hat, nun insgesamt haben wird und es ist so, dass das 6 Kapitel geht. Insgesamt also von Kapitel 1000 bis Kapitel 1005. Das heißt, nächste Woche kommt der Kapitel 1004 und übernächste Woche dann 1005. Das Ganze wird ohne Unterbrechung ausgestrahlt, was muss man auch an der Stelle sagen, nicht sehr oft vorkommt. Freut uns natürlich allesamt, dass wir dieses wunderbare Schmankkerl an einem Stück genießen können. Und ihr müsst euch so vorstellen, in diesen Hints stehen Sachen drin, die können eintreffen, Detektiv-Coin, können aber auch nur Nebeninformationen sein oder einfach nur wirklich Theorien. Und manchmal hast du einfach nur Wörter oder Wortgruppen, mit denen eigentlich du gar nichts anfangen kannst, die eigentlich gar keinen Kontext haben. Und da muss man immer so ein bisschen überlegen, was könnte es bedeuten. Und meiner Meinung nach ist der Rest hier wirklich irrelevant. Von daher ist das eigentlich die einzige Information, die ich euch mitzuteilen habe. Also, richtig cool. Ich fasse mal kurz zusammen. Kapitel 1004 kommt nächste Woche. Dort geht es ja, ich sag mal, zum emotionalen Höhepunkt des Kapitels. Dort werden so ein bisschen Rans Gefühle ergründet. Natürlich auf den Geschehnissen, die ja in der Vergangenheit geschürt wurden, mit dem Liebesgeständnis in London. Da gab es ja noch keine Antwort von Ran drauf. Und jetzt wird es wahrscheinlich endlich soweit kommen. Aber nicht zu viel, Freunde, denn es soll ja negativ sein. Für die ganzen Shinichi und Ran-Fans. Wahrscheinlich wird dann wieder diese Kuss-Szene oder was auch immer unterbrochen. Er schrumpft wieder. Es gibt ja genug Szenarien. Vielleicht kommt es aber auch ganz anders, als wir denken. Ich hoffe, dieses kurze Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaito Aka. 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 Untertitelung des ZDF, 2020